Du bist der bestausgerüstete. Du bist am meisten dafür geeignet, diese Insel zu erforschen. Bitte, gib uns deine Hilfe. Helf uns. Hm, ich weiß ja nicht so recht. Was sagst du dazu, King? Die Sandzone. Ah, du bist eine sehr große Hilfe. Danke, King. Ich heil mich erstmal und speichere, denn ich will nicht nochmal zurück nach Grasstown. Da will ich nie wieder hin. Wobei später vielleicht... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich nie wieder dahin, jetzt erstmal. Du kannst die Sandzone über den Teleporter erreichen. Finde die roten Blumen und verbrenne jede einzelne von ihnen. Euch ist schon klar, dass da unten im Keller noch rote Blütenblätter sind und Blumen. Also zumindest sieht das aus, als wären da noch Pflanzen. Hm? 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 Na egal. Ich gehe zur Sandzone. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Äh, ich weiß jetzt zumindest... Sandzone. Ein Schädel. Grass. Ei. Ein Schädel. Das kann ja heiter werden. Ich weiß jetzt jedenfalls, dass ich ein Roboter bin. Und ja. Hm. Ich wurde anscheinend geschickt, um diese Insel zu erforschen. Warum? Weiß keine Sau. Wahrscheinlich wegen dem Krieg. Aber was soll's. Und... Wer ist das? Oh! Oh! Es ist anscheinend eine Frau und sie rennt vor uns weg. Und hier ist schon Sand. Juhu! Und noch mehr Sand. Und... Auf euch falle ich nicht rein. Ich weiß, dass ihr da seid. Haha! So. Du schlifst auch. Die sind nämlich gut versteckt. Wenn ich da hoch springe, dann fliegen die los. Genau wie die anderen Käfer aus dem Egg-Corridor. Und wollen mich töten. Böse Viecher. Aber ich weiß ja, dass sie da sind. Deswegen kriegen sie das nicht hin. So. Ich muss nur aufpassen, wo was ist. Ich muss genau gucken. Denn sonst erwischt mich eins von denen aus dem Hinterhalt. Und ich sollte natürlich aufhören, runterzufallen. Das wäre natürlich auch schon ein guter Schritt. Und es wäre natürlich auch gut, wenn ich aufhören würde, natürlich zu sagen. Hahaha! Ja, er ist ziemlich jetzt natürlich. Hm. Das kann nicht gut ausgehen. Egal. Noch mehr Käfer. Und ich fliege schon wieder runter. Toll. So. Na. Hm. Das kann nicht wahr sein. Na egal. Wenigstens ist das hier kein Part, bei dem ich total genaue Sprünge ausführen muss. Sondern nur so ein paar Sprung-Einlagen da hoch. Also es ist nicht wirklich schwer, darauf zu kommen. Zerstörbarer Boden. Und hier ist ein... Eine Bar? Sieht aus wie ein Cocktailglas. Egal. Ich geh mal rein. So. Sand Zone Residence. Und da ist das Mädchen und Mimigas. Ah! Oh! Wir haben einen Besucher. Ich weiß, wofür du gekommen bist. Wonach du suchst. Ah! Du weißt also, dass wir nach deinen roten Blumen suchen? Das wird uns einiges erleichtern. Aber wach auf! Mimigas sind nicht deine Feinde. Äh. Was? Mimigas sind harmlos. Äh. Too bad for you. Also, schlecht für dich, aber... Oh oh. Sie hat eine Pistole. Beziehungsweise ein Maschinengewehr. Ich bin auf ihrer Seite. Du wirst untergehen. Nein, werde ich nicht. Nein, werde ich nicht. Nein! Und die Mimigas helfen hier. Oh oh oh. Oh oh. Was? Moment. Sie hat mir mal eben so... Und sie hat ein Schild. Ich kann sie nicht mit meinem Raketen verletzen. Okay, dann halt so. Sie hat mir mal... Das ist gefährlich. Sie hat mir mal eben so mit einem Schuss... Äh, äh... Level 3 geklaut? Von meinem Polarstern? Wow, das ist wirklich stark. Ah! Nein! Ich lasse mich davon nicht mehr treffen. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Und... Nein, 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 nein. Okay. Noch ein Treffer. Mein Fireball ist auch auf Level 2 zurück. Aber... Ich habe Curly wenigstens fast besiegt. Und sie ist besiegt. Alles klar. Kein Problem. Sieg! So. Kommst du jetzt zur Vernunft? Du gewinnst. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich denke, du wirst all diese Mimikas töten. So wie die anderen Roboter. Nein. Oh! Oh! Du gehörst also mit den Mimikas? Also du gehörst zu ihnen? Genau wie ich? Das ist richtig. Es gibt nichts Schlechtes an ihnen. Ich bin Curly. Curly Brace. Wenn ich aufgewacht bin, war ich mit diesen Kindern. Ich habe keine Erinnerungen vor dem Aufwachen. Also genau wie wir. Was wird da passiert sein? Äh... Ja, Amnesie, würdest du vielleicht sagen. Ich war vielleicht ein Mimikab schlechter. Genau wie die anderen Roboter. Oh, wow. Dieser Polarstern von dir ist in richtig schlechter Verfassung. Willst du ihn für meine Maschinenpistole eintrauschen? Ja, also die Maschinenpistole ist... Blöwe. Genau. Die Maschinenpistole ist eine ziemlich coole Waffe. Aber... Ich kann eine noch viel bessere Waffe kriegen, wenn ich meinen Polarstern behalte. Echt? Also wenn du irgendwann deine Meinung ändern solltest, dann bin ich hier. So. Äh... Ich behalte meinen Polarstern erstmal. Denn die Maschinenpistole ist cool, wie ich schon gesagt habe. Sie hat halt das Feuer, was man gesehen hat von ihr. Das ist eigentlich Level 1. Auf Level 2 schießt man, genau wie beim Polarstern, hier so zwei Schüsse gleichzeitig. Bloß halt als Rapid Fire. Und auf Level 3 hat man die dicken Schüsse. Und wenn man dann nach unten schießt, mit dem Maschinengewehr, steht man quasi. Und das Maschinengewehr funktioniert genauso wie der Bubbler. Das heißt, man hat irgendwie, ich glaube, 100 oder 200 Schuss. Und wenn die verbraucht sind, muss man sich erst wieder aufladen. Also eine Zeit lang warten. Und ja, das ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn man damit viel einfacher durch die Level kommt. Aber, wie gesagt, ich will... Oh, Moment. Fisch. So viel Hunger nach Fisch. Es träumt. Wie süß. Wie gesagt, will ich eine andere Waffe haben und die kann ich nicht mehr kriegen, wenn ich meinen Polarstern eintausche. Und wenn ich den einmal getauscht habe, kriege ich ihn auch nicht mehr zurück. Und es gibt drei Waffen, die man für den Polarstern kriegen kann. Also entweder eine von... Also eine von den dreien kann man sich aussuchen. Und ja. Die beste ist natürlich die letzte, die man kriegen kann. Toll. Egal, so lange überlebe ich noch mit dem Polarstern. Um die Sonnensteine zu benutzen... Äh, nee, nicht zu benutzen. Zu be... Blubblubblub. Zu bewegen, musst du den Spruch aufheben. Was für ein Spruch? Hm. Pass auf, die Sandcrocs auf. Ja, die Sandcrocs, die sind gefährlich. Wenn du auf den Sand trittst, werden sie rausspringen und dich beißen. Und... Oh, Moment. Es... Es tut wirklich weh. Und das ist wirklich so, es gibt ein paar Gebiete, oder also kleine, kleine Gebiete, wo Sand ist. Und wenn ich da drauf trete, dann macht's... Und das Crocodil kommt aus dem Sand raus und beißt mich. Und das macht unglaublich viel Schaden. So. Du suchst nach roten Blumen. Da ist eine alte Frau, die Jenka heißt, die darüber eventuell Bescheid weiß. Oh, richtig. Wenn du sie besuchen gehst, dann solltest du den Hund mit dir bringen, der hier nebenan ist. Neben dem Bett. Und... Okay, machen wir das. Und Curly, was sagst du? Oh, wow. Ach so, du willst uns wieder dein Maschinengewehr geben. Okay, nein, ich darf jetzt nicht vorher nicht drücken. Ich will das nämlich nicht haben. So. Und... Ein kleiner Raum. Und ich mach jetzt mal etwas. Ich gucke... Nein, ich wollte auf den Kartenbildschirm gucken. Und wie man sieht... Oho. Da ist zwar der Raum, aber da ist noch so was komisches oben drüber. Und wenn man nicht auf den Kartenbildschirm guckt, findet man das wahrscheinlich nicht. Das ist hier. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich springen muss. Da. So, ich bin hier. Man sieht mich halt nicht. Und ich muss irgendwo... Na, wo ist es denn? Moment, ich guck nochmal auf die Karte. Ach so, da oben. Da oben. Da ist ein kleiner Vorsprung. Genau. Ja, hier müsste ich richtig sein. Und wir haben ein weiteres nutzloses Item gefunden. Curly's Unterwäsche. Ja. Wir sind wirklich ein wenig pervers. Erst schlafen wir mit einem Hasen. Dann... klauen wir einem Roboter die Unterwäsche. Und ja. Ach, wir sind wieder da unten. Na toll. Moment, ich muss schießen. Sonst finde ich hier nicht raus. Äh, wo komme ich hin? Wo muss ich lang? Nein. Karte. Wo kann ich... Da kann ich hoch springen. Okay. Wie hoch kann ich springen? Da. So, ich müsste... Moment. Wenn ich springe... Nein, ich bin in der falschen Stelle. Ah, ja. Ich bin schon wieder da unten. Ich komme hier nicht raus, Leute. Äh, ich halte zwar die Unterwäsche, die uns überhaupt nichts bringt, aber ich kann mir nicht raus... Ah, jetzt. Gut. Das kriegt man halt dafür, wenn man eine Unterwäsche klaut. Man wird gefangen genommen und... Nein! Nicht wieder da runter. Ah, komm schon. Das ist echt schwerer, als es aussieht. So. Jetzt aber. Ich bin wieder unten. Ich heile mich mal eben. Der Kampf hat ziemlich viel Leben abgezogen. Sechs... Sechzehn? Nicht sechstundzwanzig. Sechstundzwanzig ist meine maximale Lebenspunktzahl. Äh, und... Nehme ich den Hund jetzt mit? Ja, ich nehme den Hund mit. Auf! Willst du den Hund mit nehmen? Nehmen wir doch einfach mit. Und... Hehehe. Er sitzt auf unserem Kopf. Egal. Ich speichere. Und dann mache ich jetzt mal hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis bald. Bis bald.